Servus Leute, heute habe ich einen schönen Android PvP Raid auf Streets. In der Polizei ging es richtig zur Sache, unter anderem war eine Fünfergruppe als Gegner da und noch ein paar andere Leute. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an, viel PvP, viel Loot, alles was dazugehört. Ich bin übrigens dazu täglich auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, commenta unterm Video, jetzt viel Spaß. Wo sind wir denn hier? Wenn das mal kein Polizei spawnen ist. Dürfte eigentlich hier rechts auch keiner gespawnt sein. Aber irgendwie mag ich die Quests, gerne mit den Sohlen abknallen. Hat was. Kurz hier warten. Ob außen einer angelaufen kommt. Dann stellt man sich hier hin. Im Rechtspieg. Leute, danke für den Hype Train auf exakt Level 2. Bei Level 1 abgeschlossen, je nachdem. Danke für den Support, für die Bits und den Sub. Dann spielt man eine große Pistole, ja. Ich mag das halt auch so, die Skeffs da zu one-tappen. Hat mir irgendwie eine Aufgabe. Das ist ganz nice. Ist mir jetzt aber auch erst aufgefallen. Danke für die 5 gegifteten, für die anonymen 5 Gifts. Moment, kommt das auch durch? Dankeschön für den Support. Irgendwie hängt da gerade was. Danke an den anonymen Gifter. Ich weiß nicht sehr zu schätzen. Kamen bei euch die Alerts? Nee. Irgendwas stimmt nicht. Ja, macht mal ein bisschen Ding, Ding, Ding. Oh mei, oh mei. So, hier ist mein. Dankeschön dafür. Jetzt geht's durch. Danke für die 5 Gegifteten. Und viel Spaß an alle, die den Sub abgestoppt haben. Hype-Train hin und her. Danke dafür, weiß ich zu schätzen. Ein paarodynamic mal ein paar Killer Forms aus dem Mal ein paar Hände! Auch wiederberuf. Ach so, das war es. Ich kann das. Ich kann das. Save my gear! Save my gear! Man kann save my gear! Spannende Beteiligung! Oh, nein. da raus pushen ist immer so eine sache ich dachte mir der spiel recht stationär können machen der apfelscholle servus hier kommt was klaus I'm here Die Ruhe ist Das ist das Problem Motivation von 100 auf 0, würde ich sagen Oh, ist noch eine Die 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 Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich kann auf jeden Fall verfolgen. Gerade keine Ahnung, das ist mir gerade zu viel Text. Sorry. Ich habe hier gerade einen Fighter an der Backe. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei sind. Ich weiß nicht, ob es noch ein oder zwei ist. Ich weiß nicht, ob es noch ein Oder zwei sind. Streets. Keine Ahnung. Streets ist, weiß ich nicht, anfängerfreundlich würde ich nicht sagen. Aber mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ich habe es mir jetzt auch nicht durchgelesen. Sorry, das ist einfach so ein Text gerade. Achso. Als erstes muss ich jetzt mal da zweimal splinten. Ich habe mir gedacht, hier kommt jetzt gleich noch einer an. Okay. Okay. Anfängerfreundlich ist grundsätzlich keine mehr, aber Customs macht am meisten Sinn. Na ja, hör doch auf. Aber ganz ehrlich, andere Streamer werden getrash-talkt, das juckt mich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Nicht mein Thema. Juckt mich nicht, was auf anderen Streams läuft. Mein Stream zählt hier. Alles andere, scheißegal. Hart gesagt. Aber so ist es. Hey, WVX, servus. Empathy lol, vielen Dank für's Follower, willkommen. Er, Verbindungsproblem, servus. Am Schluss erstmal brauche ich, ob hier Zeit klingt, vernünftig. Hast dich aber angeschlichen. Der reportet mich sowas von. Reaktion, Freund der Sonne. Der reportet mich sowas von. Das war der fünfte im Bunde. Halt. Hey, wo ist die Weste hier? War vorne in der Weste gelegen. Ist die weg? Hä? Habe ich die mitgenommen? Ich glaube, ich habe sie mitgenommen. Ich wollte eigentlich bloß kurz raus den Looten. Ich wusste nicht, dass er da ist. Ich habe einfach bloß reagiert. Verbindungsproblem, danke schön für den Tier 1. Und, ähm, die vier Monate drittwichtigster Resort. Wie geht's? Servus. Danke für den Support und wir kommen zur Genau-Abo-Falle. Junge, er reportet mich sowas von. Jetzt sind sie sich sicher, dass ich am Cheaten war. Ich mache die scheiß Tür auf und gebe ihm... Ah, wundervoll. Sorry, ich muss mich kurz selber feiern. Ich hoffe, das ist okay. Hat er sich so schön angeschlichen und dann so eine Scheiße. Kann das denn sein? Welches Level? Level 50, der andere Level 60. Nicht zu niedrig. Das war auf jeden Fall eine Fünfergruppe. Achso, Moment. Mein Arm ist ja noch blacked. Stirb. Kommt der Player, Scavs. Kommt her, die Ratten, ne? Ja, wir werden nur noch mal. Okay. Also, ich habe den Zack-Datoren. Okay. Weil ich es aber auch nicht mehr alt ist. Ich weiß, da gerne mal. Ich verstehe. Wir setzen den Einzelnen. Wir setzen den Zettkissen. Ich verstehe. Ich mache den Zeig und da gerne. Wir lassen uns auch nicht. Wir setzen ihn. Wir setzen den Zettkissen. Das ist nicht so mega. Verst です ist gut. Wenn du einenすchlaufen. Wir setzen können. Das ist ja. Yo! Hallo! Eh! Wo ist mein Rucksack? Der liegt weiter hinten, oder? Da ist er. Problem ist, hier kommt ein Skeff. Und vorne liegen Waffen. Ich kann den nicht an die Waffen lassen. One Zwift, hey, feinen Flug. What the fuck, man? Bin teleportiert, hey? Level 6, der Armee. Fliehe. 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 Was in Schlachtfeld hier, hey? Fliehe. Okay. Ah, shit. Ich habe da vorne noch die TMDA liegen. Ist was. Ich will doch bloß meinen Arm flicken. Und das Gav-Party. Wo ist die TMDA? Wo ist der da? Wie ist Gav-Präger? Keine Ahnung. Viele. Hier war gerade wer. Das Gav-Präger. Also meine, ok. Wir haben ja noch gar nicht. Was zur Hölle? Haben wir noch richtig Platz? Können wir vorne nochmal richtig zuschlagen. Ich glaube, wir können jetzt dann langsamer gehen, oder? Was denkt ihr? Es reicht! Achso, arm, ne? Schleichsider? Ach was, das wird Mulesider. Gibt es neues Event? Ne, noch nicht. Okay. Ich muss eh einmal quer durch die Map, ich hab garantiert Damage aus, ja und Evacuation Zone. E.G. Halt. Ah, nee, die erstes hab ich, okay. Hab ja gesagt, mehr looten wir jetzt ja gar nicht, machen wir die Sintflut. Können eigentlich unendlich, aber irgendwann läuft man halt gar nicht mehr, wir bewegen uns jetzt scheiß drauf. Liste Kills stehen auch auf der Liste. Boah, nimmt dann ja gerade das Auto. Ja, macht was ihr wollt da hinten, hey Gilles, haus. Ja. 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 Alter, bin ich träge. Aber vom Allerfeinsten. Habe ich noch einen Schuss? Ist klar. Ist klar. Wie hat er denn den auch überlebt? Mit dieser komischen Maske. Toter Spieler hier. Den looten wir jetzt noch schnell, oder? Was sagt ihr? Sag ich noch mal volles Risiko. Natürlich nicht. Wer wäre jetzt da hin und hätte den gelootet? Hand hoch. Mehr loot, ja. Let's go. Schnell, alles riskieren. Hey, raus hier. So, ihr wisst, was kommt. Macht Hallo YouTube, verewigt euch. War eine passable Runde in der Polizei mit dem ein oder anderen netten Kill, oder? Kann ich sagen. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Wie viele waren es? 7 Kills? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kills. 8 Kills und auch noch Scares. Nice. Doc, danke für die 300 Bits und danke für die Gear. 8 Kills. Ich dachte, ich hätte bloß 7. Naja, so kann es gehen, ne? Es blickt, servus. Ähm, wundervoll. Machen wir hier einen Marker. 8 Kills auf, äh, in der Polizei und noch ein paar Playerscaves. Ein Traum. To get away, to see you again, see you again. I've been fighting ways to get away. To get away, to see you again, see you again. We're waiting for the gates to get away, to get away, see you again. 450 gmh.